hier werden wir bei den inzwischen dritten ordner angekommen mit ganz speziellen promo sachen drin da ist dann einmal die exodia der forbidden one aus dem dds videospiel promo pack sozusagen windstoff von etac war antimagischer duft 1000 messer kennt man ja das so die ganzen jugi promos würde ich sagen dunkler magier koribo und der dunkle magier aus dem adidas pro wie man halt sehen kann das schöne an diesen karten warum ich die ganz gerne sammeln ist dieses alte prismatics secret rare das ist einfach viel viel schicker ist das heutige was wir bekommen und deshalb bin ich da so doppelt heiß drauf gewesen einerseits diese promos sammeln andererseits weiß halt diese schönen alten prismatics effekte halt noch beinhaltet da haben wir dann hier die sachen vom letzten jahr da ist logischerweise nichts dazu gekommen weil das ist eine quasi vollständige sammlung mir fehlen es bloß noch die anderen beziehungsweise der dunkle magier aus dds ansonsten habe ich alle promos ja also den blaue ich weißen drachen hatte ich letztes jahr im weihnachtsspecial noch gezeigt wenn das interessiert den hätte ich auch den habe ich jetzt nicht hier drin weil er ist einfach zu teuer der muss anders aufbewahrt werden und ja dementsprechend ist der jetzt hier nicht in dem ordner zu finden dafür aber alle anderen promos meist auch im sehr guten zustand habe ich die versuch dran zu holen ist ging auch preislich hier mein persönlicher favorit sind diese promos weil ich die früher nie gesehen habe und auch danach eigentlich sind die mir selten untergekommen also dark magician night night title dass das sind so sachen die habe ich jetzt nicht so häufig sehen können also beziehungsweise erst seit ich diese sammlung gemacht habe sind mir die aufgefallen ist das war auch schön mal so komplett neue alte prismatics zu entdecken herrlich austausch anmutige würfel und totenkopf würfel oh ja hier kommen wieder richtig teure promos der winge dragon of rar aus dem xbox spiel dvd destiny of the duel ist oder dort auf der duel ist ich mir gerade nicht sicher dark sage den hätte ich sogar noch mal gegradet rumliegen und widespread ruin das war auch eine super schwierig zu bekommene promo die habe ich mir aus ja ich großbritannien habe ich mir die extra bestellen müssen weil es die nirgendwo sonst irgendwie gab ganz merkwürdig obelist der tormentor aus ja die jump promo ist das slifer the sky dragon aus der yma also yugis movie animation oder wie sie es nannten oder yugio movie animation auch eine begehrte promo und in diesem schönen prismatic effekt ach ich liebe es und auch der der rot ton ist halt sehr gut getroffen bei dieser variante jetzt gefällt mir richtig gut das kärtchen der barrel dragon auch eine ganz besondere karte das ist nämlich eine ich glaube hinten sieht man es auch noch mal eine asian english version die gab es auch nur in diesem value book in japan ja also englische vorderseite und ja genau scheiße ich habe der doppel gesleeved hole ich jetzt nicht extra raus ist aber tatsächlich die einzige variante des barry dragon in prismatic secret rare value book 5 war das genau hat eine japanische rückseite oder ja doch muss japanische rückseite gewesen sein und den abschluss von den videospiel promos machen dann diese karten hier der fairy king trust the kinetic soldier oder kinetic soldier slate warrior und hier hatte ich angefangen so die kazuji tagahashi artworks noch mal zusammen weil ich hatte die auch teilweise doppelt und dachte ich mir wäre ganz schick in einem ordnung die noch mal so zusammen zu haben aber da konami ja so gut wie gar nichts mehr von kazuji tagahashi artworks bringt ja ist das wahrscheinlich auch eine tote seite in dem sinne mal gucken ob es noch weiter geht hier habe ich noch so ein paar japanische promos natürlich habe ich mir uria in quarter in prismatic secret rare japanisch rangeholt dann den gilford hatte ich auch lange im breit darüber gequatscht noch ein kleines extra video gemacht wo ich den bekommen hatte und ja hier hatten wir dann noch mal den pharaonic advent oder wie er hieß in ja das ist jetzt kein quarter center wie das ist das japanische starlight rare oder so auf jeden fall recht günstig da habe ich mir die noch mal angeholt genauso wie hier die rachstuhl karten von der valkyrie des magiers sogar mit neuen artworks und neuen zauber und fallen karten ja sowas genau so was vermisst man im tcg oder generell halt im normalen master format während rachstuhl hier echt gut vorlegt was solche karten angeht klasse sache hier sind jetzt die speed duel promos quasi mit drin oder secret rare sachen große freude war natürlich dann hier der rotäuge schwarze drache in kann man sehen ja in secret rare einfach fantastisch und hier der djinn so leuchtet uns schon so entgegen auch ein tolles ding ja die ägyptischen götter karten dürfen natürlich nicht fehlen auch wenn hier auch schon viel zu oft wieder geprintet wurden im speed duel unglaublich ja flammenschwert kämpfer hier das sieht ja auch fantastisch aus wie die secret rare effekt das flammenschwert richtig leuchten lässt also finde ich absolut genial ich hier sieht man eigentlich auch was was ich immer meine zusammen mit sliver manik dass diese secret rears in speed duel einfach unglaublich gut aussehen und noch mal einen ticken besser sind als im normalen master format aber vielleicht auch geschmackssache aber hier auch dunkles magier mädchen in secret rare ja wer sich an dem speed schriftzug nicht stört der bekommt sie ja relativ günstig ich glaube die kostet immer noch so um die 12 bis 15 euro nur also hat man eine super günstige alternative wenn man sich halt einem schriftzug nicht stört dunkles magier mädchen in einem richtig guten secret effekt bitteschön kann man echt nicht meckern antriebs golem darf nicht fehlen und die drei heiligen ungeheuer natürlich noch mal hier in der fantastischen rarität habe ich mich sehr drüber gefreut dass die rausgekommen sind und auch hier noch mal schöne klassiker die insektenkönigin legendärer fischer einfach fantastisch dass das die auch noch mal so ein secret rare slot bekommen haben ja auch sehr schön nostalgie so schädel erz unterweite der blitze den gab es dann auch noch mal ein spiel vom artwork her nach wie vor fantastisch genau jetzt kommen noch mal ein paar japano promos das sind hier die die collaboration sachen mit diesem jahr wie war das 27 oder wie wieder hieß es 711 war es glaube ich 7 11 shop in japan hatten sogar eigene chibi artworks gemacht das fand ich cool wie gesagt immer wie neue artworks kommen da bin ich für zu haben meistens und da habe ich quasi von diesem jahr alle promos bekommen weil das war einfach die günstigere variante hätte ich mir die einzelne rangeholt wäre ich wesentlich teurer gekommen da habe ich mir gesagt na gut ich brauche die superhelden jetzt nicht unbedingt aber wenn das günstiger ist und habe ich dich halt vollständig ein slot hätte ich sogar noch wenn ich was finden sollte und ja genau und hier habe ich dann angefangen tatsächlich quarter centuries zu sammeln ja ultimativer drache des stolzes und der seele ist ja dieses jahr frisch reingekommen da habe ich darüber gefreut dass die auch relativ jahr im vergleich zu dem anderen drachen relativ günstig geblieben ist das hat mich gewundert die ip mascarena habe ich mir herangeholt in quarter und ja die komplette exodia besitze ich jetzt auch in quarter century ich hatte den kopf auf dem flohmarkt gefunden und habe mir gedacht na gut da kann ich mir die anderen teile auch ranholen und das habe ich dann auch getan und ja inkarnation der legendären exodia auch noch mal als quarter century secret rare das alles basiert auch so ein bisschen auf dem jugo sachsen der mich so ein bisschen angefixt hat mit den ganzen quarter century sachen ich wollte mir dann doch nicht hingehen lassen so den rotäugen schwarzen dach noch mal in quarter und die ip mascarena dass das hat dann doch schon irgendwie was gehabt ja und die exodia natürlich noch dazu und wenn man schon dabei ist dann natürlich auch die anderen exodia karten möglich wenn möglich und ja bin ich mal gespannt was noch so kommt ich habe das ist glaube ich auch die letzte seite gewesen ne noch nicht ganz ich habe noch ein ganz paar seiten frei für quarters und die habe ich erstmal noch so ein paar karten reingesetzt wo ich noch nicht so weiß wo ich die einsortiere weil die jetzt nicht unbedingt zu jedem thema passen der exodia necros erste auflage aus dark crisis habe ich tatsächlich sogar noch aber ich fand halt die secret rare besser deswegen ist die jetzt erstmal hier in dem ordner gelandet und nicht mehr im sonderordner karte der sicheren wiederkehr erste auflage aus labyrinth of nightmare kommt wahrscheinlich zurück in den haupt ordner wenn ich dann da mehr platz habe für die zauberkarten da kommen nämlich solche ja persönlichen lieblinge auch wieder mit rein zuflucht im himmel auch eine super sache gerade mit erzer zerrat oder werde ich auch noch mal so ein bisschen eigenes thema daraus basteln und ja das art und das magier mädchen die habe ich halt rausgetan weil das dunkle magier mädchen hat ja inzwischen so viele neue artworks bekommen da war halt kein platz mehr und ich fange auch keine extra neue seite mehr an und ja genau deshalb ist die jetzt auch mit hier drin gut das wäre es dann gewesen mit diesem ja spezial spezial ordner ich weiß noch nicht wie ich den nennen soll also hier eher die promo sachen so spezial promos oder so wird das wahrscheinlich eher werden gerade im entblick auf die videospiel promos hier macht das dann glaube ich auch sinn den ort man dann halt so für die promo sachen zu benutzen ich muss mal schauen wenn die große sortierung durch ist wie die ordner sich dann tatsächlich darstellen und da gibt es dann nächstes jahr wieder ein update zu das wäre dann diese ordner gewesen wir sehen uns bei uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal